Leute, herzlich willkommen hier heute mal wieder im Truck beim Eurotruck Simulator 2020, kann man so sagen Leute, heute mal wieder hier auf der französischen Insel und wir haben hinten, äh ja, ne Yacht, krass aller, also ist schon teure Yacht und die müssen wir jetzt erstmal hier zu unserem Zielort bringen Leute, wenn es euch gefällt, das gerne einen Daumen und Daumen, könnt gerne abonnieren, würde mich mega freuen, wenn ihr mehr sehen wollt, so und wir versuchen jetzt heile anzukommen, dass unsere Fracht auch nicht zerstört wird aller und wird nice, hoffentlich, oh da sind die Bullen gewesen, scheiße, einfach mal schön weiterfahren hier Leute, ich fahre wieder mit dem G29 und meinem Shifter dazu, also wird ganz cool heute hier, Aber Leute, heute fahren wir mal nur 90, ganz gechillt hier Leute, ohne Hektik und Meckdick Leute, ganz chillig, ah schön Leute, schön, schönes Wetter ist hier, freut mich Alter, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, weil Eurotruck ja nicht so nice bei euch ankommt, aber Leute, das kommt noch, das kommt noch, eigentlich habe ich geplant, jetzt mit meinem Cousin ein bisschen was aufzunehmen, auch im Multiplayer und so weiter, Aber dann habe ich mir überlegt, okay Leute, wir machen jetzt einmal nochmal Singleplayer Leute und dann gehen wir richtig in die ETS2 Multiplayer Action rein Leute, mit euch auch zusammen, also hey, du hast vielleicht auch dieses Spiel, weiß aber nicht mit wem du das spielen willst und hast auch Trucker MP, also dass du im Multiplayer spielen kannst, hey melde dich, schreib unten, dass du Trucker MP hast und dann machen wir mal einen Termin aus, wenn wir da vielleicht mal zusammen aufnehmen können, mit der ganzen Community, so einen ganzen Cowboy, das wäre schon mega, mega nice So, natürlich fahren wir jetzt hier im DLC, aber wir fahren auch ohne, dass ihr DLCs habt, Deutschland und die ganzen Sachen, die man auch schon am Anfang hatte So, schön und Leute, nochmal zur Info, weil das irgendwie nie so richtig schlüssig war, weil kommen jetzt eigentlich Videos, deshalb habe ich mir jetzt echt fest vorgelegt, ja sagen wir mal so, immer mittwochs um 17 Uhr Da kommt immer ein Video, was aufwendiger ist und so, ob gut geschnitten ist, bla 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 Und dann sonntags ganz chillig Oncut-Videos, also das kann sein ETS2, das kann sein, The Crew, das kann sein, The Forest, neue Projekte, Minecraft, Reactions, das Ganze Und dann halt Mittwoch kommt dann erst so der richtige Content, weil ich überlege, ja gut, ein Video in der Woche recht wenig, zwei ging, aber da bleibt die Zeit halt nicht so krass Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, jo, zwei Videos, davon eins geschnitten und eins ankert Hoffentlich könnt ihr damit leben, Leute, also sonntags um 11 und mittwochs um 17 Uhr Und das mit Twitch auch, ne, viele haben gefragt, jo, was machst du denn da jetzt und wann livestreamst du wieder, The Crew oder so Ich so, jo, Leute, ich hab halt einfach nicht mehr so viel Spaß an Twitch und Livestream Weil ich mich eher doch nur auf YouTube konzentrieren möchte und so Aber dazu kommt wahrscheinlich immer noch ein Video In den nächsten Wochen, Monaten, man weiß nicht So, erst mal müssen wir hier fahren, das ist hier irgendwie gar kein Auto Das können wir jetzt mal zum Vorteil nutzen Und wer jetzt fragt, soll ich mir wirklich so ein DLC mal kaufen, Leute, es lohnt sich Oh mein Gott, wir müssen 1100 Euro bezahlen Nicht so nice, egal, wird schon passen Wir haben jetzt noch keinen Umfall und so gebaut Das ist schon mal ganz nice Oh, ne, da ist schon ein Truck für uns Das ist nicht gut, den müssen wir einfach mal sofort überholen, Alter Ich hab gar keinen Bock, die jetzt da hinter dem zu schleichen Ich will Vollspeed geben Ich möchte natürlich meine Fracht auch, so früh es nur geht, auch abliefern Das ist natürlich das Ziel heutigen Tages So, wir fahren jetzt nur noch 41 Minuten, Leute So weit ist das gar nicht mehr So, dann fahren wir mal hinter dem hier Ein bisschen umher So, zack, perfekt Oh, hier ist eine kleine Baustelle Muss ich ein bisschen nach links auf die Spur weichen Aber das ist auch kein Problem So Okay, perfekt Ich zeige euch auch schon mal Ich zeige euch hier auch mal meinen Innenraum hier Eine Cola Hinten ist mein Ausweis Da ist meine Tasche Und, ja Das ist mein Volvo Das ist mein Zuhause, jo So Sind wir gleich da Ich muss jetzt die ganze Zeit nur so 40 fahren, Alter Kritische Weil der vor uns, Alter, der ist so lahm, wie nix anders, ey So, jetzt komm, jetzt geben wir nochmal Vollgas Jetzt geben wir Vollgas, Alter Den überholen wir jetzt sowas von So Auch hier links, Leute Einfach so ein Rastplatz, what the fuck Mega nice Oh, muss wieder langsamer werden Alter, ich überhole den gleich Ich muss nur an die idealen Zeitpunkte aufzufinden Dass ja auch keiner von einer anderen Spur kommt Okay, ich glaube jetzt Wenn ich jetzt noch schalte Kann das gut werden Das kann gut werden So, jetzt komm, Abfahrt Speeden, 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 speeden Oh, 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 oh Komm, 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 komm Hupen Nice So, jetzt hier Bad schalten Ah, okay Ich muss mir jetzt hier einschleusen So, und jetzt fahren wir hier wieder im dritten hoch Und es gibt auf diesen ganzen Maps so viele Kreisverkehre Alter, unnormal viele So, wir müssen weiter geradeaus Blinken wir rein Perfekt Jetzt sind wir auch gleich schon hier bei unserem Zielpunkt Zielort angekommen, Leute Eine ganz kurze Wheeltalk ETS 2 Runde Auf ganz chilliger Basis hier So etwas langsamer werden Oh, der sieht auch ehre schön hier aus, Mann So, wir wechseln in den zweiten oder dritten Gang Dritten Gang Müssen jetzt hier rein Zack Boom Perfekt Jetzt sind wir hier in Porto Let's go Alter, aber ich finde die DLCs haben sie echt richtig geil gemacht Das muss ich Okay, hier gibt es eine Linksstraße So eine Seitenstraße Die nehme ich mal Jetzt muss ich aber noch schauen Dass ich hier nichts mitnehme und so weiter Ich liebe sowas, Alter Okay Das sollte hier kein Problem sein Ein bisschen noch auf dem Weg Alter, wenn die Fracht kaputt geht Alter, mein Mensch, er wird mich so töten Ah, ah, oh, oh, oh Alter Ich muss jetzt ein bisschen Hier drauf fahren auf das Beet Bisschen Ist ein bisschen untertrieben Aber Passt schon Perfekt Boah, das war knapp Jetzt darf das hier Links Links Gegenknallen Alter Und jetzt fahren wir wieder Alter Was für eine Mission, Alter Let's go Weiterfahren hier Natürlich immer noch ganz vorsichtig Können wir auch ein bisschen weiter raus Beschleunigen Und jetzt fahren wir hier wieder rechts Ich glaube, ich ziehe bis ganz Ja, das klappt Und jetzt wieder Schön hier nach links Oh, hier ist ein Friedhof Okay So Oh, Pepsi 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 Okay, ah gut, ich kann es nicht lesen Fettfinger Egal So Wir sind da Kann man Licht auch mal ausschalten So Man sieht mich hier am Hafen Chuck yourself, Digga So Perfekt Wir haben keinen Unfall gebaut, Leute Das ist Easy Boom Also wenn ihr echt Multiplayer wollt Like droppen, Leute Wie ihr wisst bescheiden Leute, jetzt machen wir jetzt noch die letzte Challenge Weil wir noch nicht bei über 10 Minuten sind Also bitte Nein, Spaß, Leute Ich möchte jetzt noch einparken damit Und das wird schwer, weil es halt eine übelst heftige Fracht ist Oh mein Gott Das wird jetzt 12 Trip Egal, Leute Wir versuchen es Wir sind krass Kurs geht raus So Schön Gut Boom Und boom Okay Okay, okay, okay Wie machen wir das am besten jetzt So Und dann Ah Okay, gut Rückwärtsgang Jetzt müssen wir hier nach Draußen schauen Okay, okay Wir lenken jetzt mal Komplett straight nach hinten Wir dürfen aber den anderen da auch gleich nicht berühren, Alter Müssen wir ein bisschen schauen So Das ist gut Mit schön 2 kmh Dass ich auch Niemals einen Unfall bauen kann So Jetzt schön Das kann krass werden, Leute Das kann richtig gut werden Und jetzt einmal komplett einlenken Oh 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 Ah, ein bisschen zu spät Bisschen zu spät Stoppen Nochmal geradeaus Nochmal geradeaus ausgleichen So Mal auf die andere Seite schauen Ja, das sieht gut aus So, jetzt einmal Zack Oh, Leute Alter Passieren, Leute Das war's von diesem Video Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Däubchen da Werden mich mehr freuen Habt noch einen schönen Tag Haut rein Ciao Wenns euch mal Ich war's von diesem Video Bis zum nächsten Mal.